Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man einen Text in ein Bild anfügen und bearbeiten kann. Wir fangen mit dem Bild. Also wir suchen das Bild aus unserem Ordner aus und aus eben anfügen. Unser Bild haben wir schon und mit diesem Werkzeug versuchen wir das Bild genau zu verschieben, wie wir das haben wollen. Und jetzt schreiben wir unseren Text und es geht mit diesem Werkzeug A, wo A steht. Also dann drücken wir drauf und jetzt schreiben wir den Text. Zum Beispiel Kim. Schreiben wir. Und jetzt können wir einfach unser Text nochmal verschieben, wie wir das haben wollen. Aber wir nehmen wieder unser Werkzeug und verschieben wir den Text. Und jetzt kommen wir auf die Ebene und dann können wir einfach hier mit dem Deckkraft einfach unsere Deckkraft reduktieren oder erhöhen. Sie sehen wie es ist und wir können auch einfach unseren Text verstecken und den Deckkraft einfach so runter machen oder erhöhen. Ja, das Projekt ist fast fertig. Also das ist ein sehr einfaches Projekt und von daher, wenn Sie nochmal Fragen haben, dann meldet ihr sich einfach bei mir. Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Text in ein Bild anfügen und bearbeiten kann. Wir beginnen mit dem Bild, also wir holen das Bild aus dem Ordner, also Datei. Wir holen als Ebene. Als Ebene öffnen und dann haben wir das Bild hier. Dann drücken wir einfach auf Öffnen. Ja, das Bild haben wir schon. Und mit diesem Werkzeug können wir einfach das Bild so bewegen, wie wir das haben wollen. Und wichtig ist, dass aktive Ebene verschieben aktiviert ist. Das ist sehr wichtig. Dann verschieben wir das Bild, wie wir das haben wollen. Ja. Jetzt mit dem Werkzeug schreiben wir den Text. Wir drücken drauf. Jetzt schreiben wir den Text. Und hier können wir die Schriftart enden, wie wir das haben wollen. Wir können zum Beispiel Avibol oder eine andere, wie wir das haben wollen. Oder so, diese Schrift oder diese Schrift. Da können wir alles ändern, wie wir wollen. Und jetzt haben wir auch die Größe hier. Wir können die Größe hier ändern, also größer machen. Oder verkleinern. Ja. Und hier können wir auch die Farbe ändern. Also wir haben eine Farbpalette hier, wo wir vielleicht ändern wollen. Zum Beispiel so. Oder diese Farbe. Oder die blaue Farbe. Oder die gelbe Farbe. Oder die weiße Farbe. Also. Und jetzt können wir auch hier auf der Ebene einfach den Text verschieben, wie wir das haben wollen. Also wir holen wieder unser Werkzeug hier. Und drücken wir vielleicht hier auf den Text. Also wir wollen vielleicht den Text nach oben haben. Oder hier in der Mitte. Oder ganz rechts. Oder ganz links. Also Sie sehen, wie der Text sich bewegt. Auf jeden Fall. Ja, wir werden vielleicht hier setzen. Und wir können auch das Bild hier bewegen, wie wir das haben wollen. Sie sehen schon, wie das Bild auch sich bewegt. Also wir können einfach unser Bild hier platzieren. Oder so platzieren, wo wir das haben wollen. Und jetzt können wir auch mit dem Werkzeug einfach skalieren, wie wir das haben wollen. Also wir wollen vielleicht den Text nochmal ein bisschen skalieren, größer machen. Dann drücken wir auf den Text erstmal. Und dann holen wir das Werkzeug. Das skalieren wir. So, 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 andersrum und so drehen wir das wollen. Also Sie sehen, was wir wirklich mit dem Werkzeug machen können. Und einfach hier auf Prozieren drücken. Und dann ändert sich den Text. Und was kann ich nochmal zeigen? Mit, ja, ich hoffe, das ist wirklich die wichtigste Werkzeuge, die ich euch beigebracht habe. Und hoffe, euch geholfen zu haben.